Herzlich willkommen an alle, die neu eingeschaltet haben und willkommen zurück an alle, die schon länger heute dabei sind. Mein Name ist Annalena Hosenfeld, zusammen mit Duisa Lamm führe ich euch heute im Livestream durch den zweiten bundesweiten Digitaltag. Wir haben den Aktionstag gemeinsam mit der Initiative Digital für alle organisiert und mit vielen der Partnerorganisationen werfen wir heute in kurzen Gesprächsrunden einen Blick auf digitale Teilhabe in Deutschland. Mit dabei zum Thema digitale Kompetenzen für alle sind jetzt der Bundesvorsitzende des Deutschen Bibliotheksverbandes, Herr Professor Dr. Andreas Degwitz und der Vorsitzende des Deutschen Volkshochschulverbandes, Herr Martin Rabanus. Herzlich willkommen an Sie beide. Hallo, herzlich willkommen an Sie. Hallo, Herr Rabanus, sind Sie wirklich im Wald gerade? Von wo sind Sie uns denn zugeschaltet? Tatsächlich ist das analog im Hintergrund und nicht digital, weil ich im Hauptberuf gerade eigentlich unterwegs bin und einen stillen Ort brauchte, um diese Schalte hier zu machen, die mir sehr am Herzen liegt. Sehr schön. Das freut mich ja, dass Sie da aus dem Grünen sich zugeschaltet haben. Kommen wir dann ganz anders in die digitale Welt, weil damit wir uns hier sicher und souverän bewegen können, da brauchen wir ja alle eins und zwar sind das digitale Kompetenzen. Und da hat die Volkshochschule ja auch schon ein breites Angebot, um genau hier anzusetzen und diese zu fördern. Um welche digitalen Kompetenzen und Fähigkeiten geht es denn da genau, Herr Rabanus? Ja, das verbirgt sich ja alles unter der Überschrift Digital Literacy, also die Lesefähigkeit in der digitalen Welt, die uns in besonderer Weise als Volkshochschul-Familie auch am Herzen liegt. Wir haben unterschiedliche digitale Tools, auf denen wir Angebote machen können. Ich bin auch sehr stolz auf die vielen Volkshochschulen Landauf, Landab, die in der Pandemie da sehr innovativ auch waren. Das ist ganz wichtig, dass wir die Grundkompetenzen stärken und dass wir eben den Umgang und die Fähigkeit des Umgangs mit digital, in der digitalen Welt auch tatsächlich schulen. Wir haben jetzt gerade im Frühjahr noch ein Instrument gelauncht, das sicherlich einen guten Beitrag leisten kann, das ist nämlich unsere App Stadt, Land, Datenfluss, die unter der Schirmherrschaft der Bundeskanzlerin entstanden ist und die sich wirklich empfiehlt, genutzt zu werden, heruntergeladen zu werden und eben auch spielerisch digitale Kompetenzen aufzubauen. Das wird ganz wichtig sein in der nächsten Zeit. Warum ist das so wichtig? Weil wir schon jetzt eine digitale Spaltung in der Gesellschaft sehen und wir alles dafür tun müssen, dass diese erstens nicht größer wird und zweitens, dass diese Spaltung auch wieder geschlossen werden kann. Ja, wenn es darum geht, digitale Kompetenzen auch zu fördern, dann denke ich zunächst einmal an Einrichtungen wie Schulen oder Universitäten, aber auch durch die bundesweit mehr als 9000 und Bibliotheken werden Digitalkompetenzen vermittelt. Herr Degwitz, was sind da denn die Stärken solcher Orte, die abseits von Familie, von Ausbildung und von Beruf liegen? Ich denke, dass die Stärken von Bibliotheken darin liegen, dass in vielen, vielen Fällen der direkte Kontakt zu Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gesucht und gefunden wird, dass es aber auch Formate wie Workshops, Praxisseminare und dergleichen gibt, Webinare natürlich auch inzwischen, bedingt durch die Pandemie. Und insofern glaube ich, dass es ein breites Spektrum an Formaten gibt, um digitale Kompetenz zu vermitteln und das auch in enger Verbindung zu einer Praxis, die es in Bibliotheken natürlich gibt. Also wenn es zum Beispiel darum geht, den digitalen Umgang mit Informationen zu lernen, der ja nicht unwichtig ist, zu bewerten, ob Informationen ernstzunehmen sind oder ob es sich um Fake News handelt oder um Sicherheit bei der Informationstechnik zu bekommen, darüber Informationen zu erhalten und nicht zuletzt die Nutzung der vielen, vielen Tools, die es gibt, sei es für Recherche, sei es zur Kreativität, sei es zum Spiel, all das gibt es in Bibliotheken jetzt nicht nur als theoretische Kompetenzvermittlung, sondern eben auch praktisch, sodass dann gleich ausprobiert werden kann, was ich kann und was ich nicht kann und gefragt werden kann, wenn ich nicht weiterkomme. Ich denke, das ist ein großer Vorteil von Bibliotheken und dieser Vorteil haben die Bibliotheken bestimmt auch gegenüber den Schulen, wo dergleichen nicht in diesem Umfang möglich ist. Auf den Punkt wollen wir dann später auch nochmal genauer zu sprechen kommen, nämlich zu den Erlebnisorten, was hier alles gemacht werden kann. Zurück nochmal zu den digitalen Kompetenzen. Herr Rabannus, Sie haben schon so eine digitale Spaltung angesprochen. Wir haben in unserer Studie zur digitalen Teilhabe gesehen, die anlässlich des Digitaltags veröffentlicht wurde, dass durch, fast durchweg, durch alle Altersklassen, die Digitalkompetenz nur befriedigend liegt. Also alle Menschen in Deutschland, alle Befragten geben sich nur eine 3,1 auf einer Schulnotenskala und selbst bei Jüngeren liegen wir hier nur bei einer 2,6. Herr Rabannus, überrascht Sie das? Nein, das überrascht mich nicht wirklich. Man muss es aber auch natürlich mit einer anderen Erkenntnis der Studie sehen, dass nämlich ein noch viel größerer Teil der Bevölkerung wohl erkannt hat, gerade auch durch die Veränderungen in der Corona-Pandemie, wie wichtig das ist. Und das zeigt die besondere Herausforderung und auch die Notwendigkeit. Auch gerade, wenn die Selbstzuschreibung so ist, nur nach dem Motto, ich muss da für mich persönlich noch eine Schippe drauflegen. Und Sie haben die Zahlen genannt. Zeigt das auch, dass das kein sozusagen Randphänomen in irgendwelchen, wie wir das gerne nennen, in bildungsfernen Schichten oder so, sondern es betrifft wirklich alle. Und deswegen glaube ich, sind die Volkshochschulen wie fast 900, die ja in jeden Winkel sozusagen unserer Republik kommen, natürlich mit Kooperationspartnern, da kommen wir ja vielleicht noch dazu, auch geeignete Partner für diese gesellschaftliche Herausforderung und dafür eben den Menschen, die sagen, ich bin nur befriedigend oder ich empfinde mich selber nicht kompetent genug, wie ich das haben will, denen auch als Partner da zu sein und eben Angebote zu machen, um die eigene Selbstsicherheit auch in der digitalen Welt zu verstärken. Herr Dickwitz, auch an Sie die Frage, waren Sie von den Zahlen überrascht? Und was kann man jetzt tun, damit alle Menschen fit für die digitale Welt auch werden? Ja, also ich bin auch nicht überrascht und habe manchmal sogar das Gefühl, dass es noch schlimmer ist, als es jetzt in diesen Zahlen sich wiedergibt. Und das, was Herr Rabanus anspricht, dass die Kooperation mit den Volkshochschulen, Entschuldigung, gesucht werden muss, ist vollkommen richtig. Es gibt da ja auch sehr gute Beispiele, wie beispielsweise in Nürnberg auf dem Bildungscampus oder auch in UNA in Nordrhein-Westfalen. Aber ich denke, da ist noch viel Luft drin, um das zu verbessern und miteinander zu verschränken. Konkret meine ich aber auch, dass in den Schulen, aber auch in den Universitäten deutlich mehr so im Rahmen der Propädeutica für die digitale Literacy oder für Digitalkompetenz gemacht werden muss. Das ist nicht nur so etwas, was die Jungen selbstverständlicherweise mitbringen und die Älteren eben irgendwie nachlernen müssen. Ich bin mir sehr sicher, dass sowohl junge wie ältere Menschen das auch alle lernen müssen. Und immer dann, wenn man vor einem Automaten steht, bei dem man nicht weiterkommt, zum Beispiel bei der Stadtverwaltung oder man hat ein neues Gerät gekauft, ein neues iPhone und man steht am Samstagnachmittag davor und weiß nicht, wie man es anschaltet, ausschaltet oder damit überhaupt umgeht. Das sind genau die Punkte, wo man sich sagen muss, so und jetzt brauche ich eigentlich Kompetenz und nicht nur rumspielen bis zum Abwinken und Erschöpfung und schließlich vielleicht auch Ärger, sondern da braucht es eine systematische Ausbildung, Ausbildung möchte ich fast sagen und eine systematische Begleitung dieses Qualifizierungsprozesses. Anders kommen wir da nicht weiter, sonst fahren wir gnadenlos zurück, auch in Europa und das können wir uns nicht leisten. Ich bin mir sehr sicher, dass die asiatischen Länder da sehr viel weiter sind und auch sehr viel mehr dafür tun, um ihre Bevölkerung auf diesem Wege zu schulen. Also wenn ich da an Südkorea denke, glaube ich, dass die uns weit voraus sind. Da können wir uns vielleicht an der einen oder anderen Stelle sicherlich noch etwas abgucken. Vielen Dank, Herr Degritz, Sie haben eben gerade auch gesagt, gerade ältere Menschen, da ist es auch wichtig, diese in die digitale Welt mitzunehmen. Wie kann das denn in Bibliotheken auch geschehen? Und an Sie, Herr Rabanus, vielleicht auch noch, Sie haben die App angesprochen, die die Volkshochschulen auch entwickelt haben. Wie kann man da auch Seniorinnen und Senioren dazu bringen, die zu nutzen? Weil der erste Schritt quasi in die digitale Welt ist ja erstmal dahin, Smartphones zu benutzen. Und da haben wir gesehen, dass die Hälfte der Seniorinnen und Senioren ab 65 überhaupt kein Smartphone besitzt. Also da nochmal die Frage an Sie, gerade auch mit Blick auf diese Zielgruppe. Vielleicht, ja, Herr Rabanus, wenn Sie da ganz kurz anfangen möchten. Ja, sehr gerne. Natürlich ist das ein Punkt, der wichtig ist und den man sehen muss, dass, wenn die digitalen Endgeräte nicht zur Verfügung stehen, was im Übrigen nicht nur für die ältere Generation gilt, sondern auch in der jüngeren Generation haben wir wenigstens noch Teile, wo die digitalen Endgeräte nicht so zur Verfügung stehen, wie wir das brauchen, dann haben wir da ein Problem. Deswegen setzen wir in der Volkshochschule natürlich auch, was Kompetenzvermittlung angeht, auf Präsenzveranstaltungen. Aber wir müssen es zur gesamtgesellschaftlichen Aufgabe machen. Wir sind in der Volkshochschule beispielsweise der festen Überzeugung, dass wir eine Gemeinschaftsaufgabe im Bereich der digitalen Weiterbildung brauchen. Wir brauchen eine Digitale Offensive in der Weiterbildung, die auch zwischen Bund und Ländern abgestimmt, auch vernünftig finanziell unterlegt. eben auf der einen Seite Ausstattungsfragen löst, technische Voraussetzungen bringt und auf der anderen Seite eben Raum hat für Kampagnen, auch für die Qualifizierung auch von den Lehrenden. Das dürfen wir nicht vergessen. Auch da haben wir einen Bedarf, damit wir dann eben wirklich alle Zielgruppen erreichen können. Und ich bin einigermaßen optimistisch, weil wenn Sie sich die Entwicklung auch der Digitalkompetenz in der älteren Generation ansehen, dann passieren da keine Wunder. Aber wir machen doch sehr gute Fortschritte. Und ich glaube, den Weg müssen wir weitergehen. Herr Degwitz, Sie vielleicht noch ganz kurz dazu. Ja, also natürlich gibt es in Bibliotheken noch immer und zum Glück Personal, die persönlich face-to-face beraten. Das ist sehr erfreulich, aber es reicht natürlich auch nicht. Man kann das auch nicht maximal steigern. Wir werden nicht umhinkommen, auch dort roboterartige Vermittlungswerkzeuge anzubieten. Aber das ist natürlich bei bestimmten Personengruppen, Zielgruppen auch schwierig einzuführen. Die müssen schon sehr gut und sehr überzeugend sein. Und dann klappt das auch. Es gibt ein Lernroboterprojekt an der Universität Münster. Das ist für den Schulbetrieb gedacht. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass das auch noch weiter in den Bereich der Bibliotheken oder der informellen Bildungseinrichtungen eingeht. Aber es bedarf einer sehr klugen und sehr kompetenten Bestückung dieser Geräte, damit das auch wirklich ankommt. Sonst sagen Leute, also was soll ich mich hier mit einer Schimme unterhalten, die ich nicht hören kann. Drücken auf den Knopf und weg ist es. Und es ist nichts gewonnen, trotz hoher Kosten für die Erstellung. Aber ich glaube, wir kommen in der Perspektive nicht darum herum. Und es gehört ja auch zur Auseinandersetzung mit dem Digitalen. Insofern passt das schon ganz gut zusammen. Aber noch ist das viel Theorie. Wir müssen wirklich die Menschen mitnehmen. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig bei der Digitalisierung, dass man die Menschen mitnimmt und sagt, ja, wir verstehen, wir brauchen das und wir wollen es alle. Also kommt an unsere Hand und macht Pete mit uns diesen Weg. Das klingt ja fast schon nach einem gelungenen Schlusswort an dieser Stelle. Ja, ich würde sagen, vielleicht zum Schluss noch eine ganz kurze Frage an Sie beide. Welchen Kurs im Bereich digitale Kompetenzen würden Sie denn selbst gerne mal machen? Also ich würde ganz gerne mal so einen Kurs über Fotografie machen oder Bildbearbeitung und dergleichen. Da kenne ich mich sowieso schlecht aus. Und das finde ich eine faszinierende Sache, was man da alles mitmachen kann. Also was mich tatsächlich interessieren würde, wäre noch ein bisschen genauer zu verstehen, was hinter den bunten Bildchen auf dem Smartphone passiert. Also ein Kurs über die Funktionsweise von Algorithmen. Das finde ich spannend, weil die servieren uns ja ein Stück weit die Wirklichkeit, in Anführungsstrichen, auf unseren Timelines, in den sozialen Medien etc. Und da noch ein bisschen genauer zu verstehen, wie das technisch funktioniert, was mir da angezeigt wird, das wäre für mich spannend. Da gibt es ja sicherlich auch Angebote von Volkshochschule und Bibliotheken, auch heute am Digitaltag, wo man da mal reinschauen kann. Also auch an alle Zuschauerinnen und Zuschauer, da gerne mal bei uns in der Aktionsübersicht schauen, was im Bereich digitale Kompetenz, Weiterbildung und Ausbildung so alles heute geboten wird. Ja, vielen Dank noch einmal an Sie, Herr Degwitz, Herr Rabanus, dass Sie heute bei uns waren und dass Sie Teil der Initiative Digital für alle sind und sich mit den 27 Partnern gemeinsam für mehr digitale Teilhabe in Deutschland einsetzen. Vielen Dank. Ja, welche Events heute ansonsten noch so den ganzen Tag stattfinden, das könnt ihr bei uns im Menüpunkt Programm auf der Webseite sehen. Und wenn ihr da nach Themenbereichen und Stichwörtern filtern möchtet, dann könnt ihr das am besten in der Aktionsübersicht tun. Luisa, was erwartet uns denn gleich alles? Ja, Stichwort digitale Kompetenzen. Wenn wir ehrlich sind, so nach einem Jahr Pandemie, auch dann fühlen wir uns manchmal vielleicht noch ein bisschen unsicher bei Online-Meetings, Online-Konferenzen oder virtuellen Projekten. Und den Umgang mit solchen Tools, zum Beispiel wie Zoom, die könnt ihr jetzt bei der HPI Academy im Workshop spielerisch erlernen. Und wenn ihr mal eine kleine Pause braucht, dann könnt ihr ganz bequem von zu Hause aus eine virtuelle 360-Grad-Tour durch eines der größten Rechenzentren in Deutschland erleben. Ja, wenn ihr hier dran bleibt im Livestream, dann erwartet in euch gleich ein paar Grußworte aus Hessen. Ministerpräsident Volker Bouffier sendet eine Nachricht zum Digitaltag. Wir freuen uns auf euch. Wir sind zurück um 11.45 Uhr. Dann haben wir die Deutsche Forschungsgemeinschaft und den Verband des TÜVs hier im Gespräch wieder mit euch dabei. Bis dann. Viel Spaß beim Digitaltag. Bis dann. Viel Spaß beim Digitaltag.